Hallo, ich bin Christoph von Lauchsport Brunard und das ist der Adidas Ultraboost ST. Der Ultraboost ST ist Adidas Stabilschuh mit einer herausragenden Dämpfung. Die mediale Stütze sorgt für sehr gute Stabilität, die Zwischensohle aus dem Boost Material für eine herausragende Dämpfung und hohe Energierückgewinnung. Das Obermaterial ist ein nahtfreies Primelit Material, das sorgt für eine herausragende Passform und die Außensohle aus einem Continental Rubber sorgt für super Haltbarkeit und auch guten Griff auf nassem Asphalt. Der Ultraboost ST ist für alle Überprunierer geeignet, die viel Komfort auf langen Läufen auf Asphalt haben möchten. Guten Tag! ... ... ... ...